Ciao, buongiorno. Heute erkläre ich dir das Niveau A1 bei uns. Wie läuft das und was können wir anbieten? Das Niveau A1 ist der sogenannte Anfängerniveau. Das heißt, es geht wirklich vom Null und man macht zusammen die Grundlagen von der italienischen Sprache. Insgesamt, was sind so Grundlagen? Erstens Familie, Wetter, sich vorstellen, Präsentationen, Themen, die wirklich einfach sind. Einfache Themen, einfache Sätze bilden und das gilt auch für die Grammatik. Von Aussprache, Alphabet, Verb sein und haben, die Artikel, die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben im Präsens. Wir haben zwei Möglichkeiten, bei uns den A1 Niveau zu machen. Ein Teil ist Gruppe. Mit Maximum 5 Personen kannst du unser Niveau A1 von 0 bis die Grundlagen in 20 Stunden. Dieses Programm ist mehr standardisiert. Es ist ein Komplettprogramm mit vier Sprachkompetenzen. Schreiben, Sprechen, Lesen, Dramatik. Einmal pro Woche. Eine zweite Möglichkeit ist den Einzelkurs. Der Einzelkurs ist personalisiert. Du kannst in deinem Rhythmus so schnell oder langsam lernen, wie du willst. Das gilt auch für die vier Kompetenzen. Natürlich machen wir trotzdem auch in dem Fall einen Komplettkurs, aber wir können ein bisschen variieren. Eigentlich kannst du entscheiden zwischen Gruppenkurs oder Einzelkurs. Das macht man alles zusammen in diesem Anfängerkurs. Okay? Ciao, ciao!